Gott sagt, man soll nicht töten. Wer ist das? Schwierige Frage. Gott ist unsichtbar. Das ist aber ein gewaltiger Nachteil. Wenn man ihn nicht sehen kann, dann kann man nicht mit Sicherheit wissen, ob es ihn gibt. Er beobachtet uns. Jede Sekunde. Es sieht so aus, als würde es überhaupt nicht mehr aufhören zu regnen. Ich bringe eine Nachricht von Gott. Er hat gesagt, ich lasse eine riesige Sintflut über die Erde hereinbrechen. Am Ende wird die ganze Erde mit Wasser überschwemmt sein. Die Achenoa ist zwar ein enorm großes Schiff, aber ihr Platz ist nicht unbegrenzt. Deswegen dürfen von jeder Tierart genau zwei Exemplare mit Antwort verstanden. Wir sind die besten Freunde auf der Welt. Wenn drei Pinguine im Regen stehen und nur einer hat einen Schirm, dann ist es selbstverständlich, dass er den beiden anderen einen Platz unter seinem Schirm anbietet. Aber denkt daran, an der Arche um acht, wer zu spät kommt. Wir εigenen nicht mehr zu spät. Vielen Dank.